Herein! Ist Mr. Sherlock Holmes hier? Wenn Sie nun unterzeugen, dies unterzeichnen würden. Es ist, um es kurz zu machen, ein Dokument, das besagt, Sie übertragen alle Ihre Rechte an der Wüste auf mich. Aber bitte sehr, Mr. Holmes. Zehn Pfund sind viel Geld. Ich bin ein methodischer Mensch und man kann nie voraussagen, welche Wendung die Dinge nehmen. Hier ist Ihre Zehn-Fund-Note und ich wünsche guten Abend, Mr. Holmes. Ich danke Ihnen vielmals, Mr. Holmes. Guten Abend, Gentlemen. Es ist sehr großzügig von Ihnen. Ich wünsche Ihnen viel Freude an der Wüste. Viel, viel Freude. Ich wünsche Ihnen viel Freude an dem Hochschule. Nun, Gentlemen, erbitte ich Aufmerksamkeit für eine kleine Demonstration. Gentlemen, was ich jetzt in der Hand halte, ist eines der wertvollsten Objekte der Welt. Die berühmte schwarze Perle der Borgias. Oh, bravo, Hobens, bravo. Oh, Ihre Taschenspielertricks machten selbst Meskeleien Ehre. Ja, das übertrifft ihn noch. Die Borgia-Perle, die vor über einem Jahr aus dem Schlafzimmer des Prinzen von Colonia verschwand und trotz aller Anstrengungen nicht wiedergefunden wurde.